Freunde, ich muss heute richtig dick pinkeln, aber ich muss hier einfach in der Schlange warten. Und wie viele Leute sind bitte sehr vor uns? Ey, wir können erst... Warte mal, 48 Leute, wir sind 48. Platz in der Schlange. Junge, ich muss pinkeln, ich muss pinkeln. Okay, ich muss auch pinkeln. Warte mal, was machst du denn hier, Lilly? Ich komm gar nicht voran. Die Leute, die Leute, lass mich nicht durch. Jetzt beeilt euch mal mit der Pinkeln. Lilly, was ist passiert? Hey, der Typ hat mich da hinten geschubst. Warte, was? Was ist das denn für ein Fiesling? Leute, in Zeile schneiden, 18 Geld, doppeltes... Ey, warum? Warum hat der mich mir auch noch... Ey, Lilly, hast du mich gerade nach hinten geschubst? Ey, Alter, nein. Ihr seid alles Vordrängler, ihr seid alles Vordrängler. Jetzt reicht's mir, jetzt reicht's mir. Sollen wir uns hier vorne so einen Troll holen, Leute? Was sagt ihr? Alle ins Bad, zum Badezimmer rennen, Feueralarm. Leute, wir müssen pinkeln, ist mir egal, Alter. Ich werde hier für Robux pinkeln gehen, ist mir doch egal. Und lasst alle ein Like und ein Abo, damit wir es irgendwie schaffen, bis zum Ziel zu kommen. Bis zur Toilette. Die Toilette ist unser Ziel, sozusagen, heute. Was ist das für ein komisches Spiel? Ja, aber Lilly, warum bist du so viel weiter vorne? Du wirst wahrscheinlich vorgelassen, weil du ein Mädchen bist, du Fiesling. Kostenlose Schnitte, warte mal. Zack. Oh, oh, ja, ich schubse die auch alle weg. Tschüss. Hey, Lilly, ich hole dich wieder auf. Was ist das hier? Inside schneiden? Zack. Ich hab den Koppel weggeballert, den Typen. Das sah so lustig aus. Ey, was soll das denn, Alter? Die tun mich wieder zurückspeißen. So, Inside. Haha, Lilly, tschüss. Aha. Ey, was? Also, jetzt reicht's mir, automatisch schneiden, so. Ne, automatisch schneiden kann ich nicht kaufen, Doppel-TP. Ich muss irgendwie in den Ziel kommen, Leute, aber es ist unmöglich. Okay, wovor haben wir angefangen? Bei 48, wir sind jetzt bei 45, wir sind kaum vorangekommen. Leute, komm, 42, bam, weg mit dir, Alter, du Lob. Hey, okay, du hast ihn nach hinten geschubst. Ja, das ist ja auch ein Ziel, gleich schubst du dich nach hinten, oder? Zack. Oh, Mann, du Fiesling. Oh, yeah, let's go. Jetzt, warte mal, wir kaufen uns für Robux. Zack, zack, zack. Einen Platz nach vorne. Und, let's go, Leute, lass alle liken und Abo. Bam, nimm das. Ja, ja, ja. Okay, Freunde, jetzt muss ich, warte mal, jetzt muss ich auch mal für Robux kaufen, Leute. Let's go. Ich kaufe nicht bis ganz nach vorne, bis ich zur Toilette kann. Ich muss so dringend. Ich kann es nicht mehr aushalten. Ich kann es nicht mehr aushalten, Freunde. Hilfe. Okay, ich werde gleich vordringeln. Pass auf. Oh, nein, nein, nein. Ey, Mann, Leute, ich kratze dich mal aushalten. So, ich muss nach vorne kommen. Komm schon, Leute, ich muss einmal auf Toilette gehen. Oh, oh, es geht richtig schnell voran. Alter, Alter, ich. Oh, und ich sehe, Freunde, einfach pro Zeitle kriegt man einfach Cash plus. Ey, umso weiter man nach vorne kommt, umso mehr Cash kriegt man. Ich habe schon 1000 Cash. Kann ich damit irgendwas kaufen, krasses? Weiß ich, ich kaufe mir einfach mit Robux hier. Neun Robux, Alter, das kann sich doch jeder leisten. Ja, zack, zack, zack. Keine Ahnung, wie viel Geld das ist. Aber, Leute, lasst alle liken und Abo. Weil ich habe eigentlich kein Geld mehr. So, zack, 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 ich muss hier ganz nach vorne mich kaufen mit Robux, Alter, Leute. Deswegen alle liken, abonnieren. Okay, du Schummler, du cheatest. Guck mal, wie weit vorne ich bin. Schwule bin ich 33. Ey, Leute, sobald ich auf Toilette bin, muss ich so dick, Alter. Ich glaube, ich muss gleich sogar pupsen. Ich muss nicht nur pipi, ich muss sogar pupsen gleich. Also, Leute, wir müssen irgendwie auf Toilette kommen. Warum sind denn so viele hier bei der Tankstelle? Was ist denn das Ziel? So, zack, weg mit dir, Alter. Was soll das denn jetzt hier? Ey, geh mal weg hier. Bam, Alter, und bam. Und neuen Robux wieder. Zack, 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 Alter, Leute. Junge, die tun hier. Ey, ich muss bis ganz nach vorne. Hä? Hey, wie heute? Alter, wie weit ist er gekommen? Wie ist er gerade so weit gekommen? Geh mal weg, Alter. Geh mal weg, mein Lieber. Geh mal weg, mein Scholli, Alter. Geh weg mit dir. Zack, let's go. Ey, ey, jetzt, jetzt reißt es mir. Jetzt reißt es mir, also wirklich. Jetzt reißt es mir. Leute, das ist hier mein. Das ist hier. Bam, weg mit dir, Alter. Zack. Und jetzt, jetzt hänge ich mich nach vorne. Haha, ich bin schon bei 34. Hm, ich bin noch immer hinten. Ey, die schummeln alle. Let's go, Lilly. Wo bist du? Junge, Lilly, du bist einfach nur... Bro, du bist... Warte mal. Obwohl, du bist... Bei 48 haben wir gestartet. Hier haben wir gestartet. Ich bin jetzt schon bei 32. Nicht schlecht, oder? Was sagt ihr, Leute? Zack, weg mit dir, Alter. So. Ich hab nur gedrückt. Warum ist nichts passiert? Habt gebackt. Lol. Wird voll hops genommen, Junge. Wird voll hops genommen. Ey, Sushi-Meister. Wer ist denn der Sushi-Meister? Ey, der drängelt vor der Fiesling. Ey, wie kann der eigentlich so schnell durchgehen? Hat der so viel Cash, oder was? Er hat wahrscheinlich das Spiel schon richtig lang gespielt, deswegen hat der richtig viel Cash angesammelt. Kommt schon, Leute. Ich muss einmal pipi, Alter. Der Sushi-Meister ist so schnell. Warum holt der alle auf? Ich check's gar nicht. Alter, ich wurde wieder ganz nach hinten geschickt. Was? Okay. Du bist jetzt hinter mir. Ich hab grad 100 Robots ausgegeben, und dann wurde ich ganz nach hinten geschickt. Jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Swap Position. Möchtest du mit deinem Spieler die Stellen tauschen? Ja, aber nicht mit dem. Ich will mit einem guten Spieler. Leute, sollen wir die Stellen mit Lini tauschen? Da musst du wieder nach hinten. Ich bin dann vorne. Okay, das machen wir später. Das machen wir später, Leute. Was können wir nochmal? Send to... Send to back. Können Lini bis ganz nach hinten schicken mit 100 Robots? Okay, wir pranken die jetzt, Leute. Richtig, lass ein Like und Abo. Let's go, wir pranken die. Bis nach ganz hinten. Und sag Tschüss, Lini. Tschüss, Lini. Bis unter mir. Hä? Was hast du gemacht? Bist du verrückt, Uri? Hab nicht geprankt. Alter, das hat sich sowas von gar nicht gelohnt für 100 Robots. Mann, ich hasse dich. Ich muss so dringend pipi und du machst einfach sowas. Aber egal, warte mal. Ich hab 101... Alter, wie viel Cash hab ich? Bam. Kann ich jetzt nach vorne? Komm schon. Weg mit dir, Alter, du Fisch. Ja, nach vorne. Alter, guck mal hier, wie ich nach vorne renne. Let's go, tschüss mit euch. Oh, ich bin wieder da, wo ich eben war. Was, du Fisling? Und mich hast du einen Like geschickt. Ey, okay, ich kann nie auf Toilette. Ich werde mir die Hose pissen. Nein, du darfst nicht in die Hose pissen, Alter. Nicht dein Ernst. Sorry, ich muss mir die Hose pissen. Oh Mann, Lindy, ey, Freunde, ich will unbedingt hier, wie Lindy sich in die Hose macht. Ey, aber nicht ich, Leute, ich will nach vorne. So, lass mich mal durch, Alter, was soll das? Die Fislinge. Ja, 31, 30. Wir sind fast da, Leute. Nicht mal lange, da sind wir bei Toilette. Da sind wir in der Toilette drin. Guck mal, das ist da vorne, das ist Platz 1. Dieser Sushi, meiste, das ist schon wieder Platz 1. Wie ist er da hingekommen so schnell? Ich checke es nicht. Okay, ich bin ganz hinten. Ich muss so dringend pipi. Bitte, okay, hilf mir. Auf keinen Fall wäre ich dir helfen. Automatisches Schein, doppeltes EP. Komm, wir trollen jetzt ein bisschen wieder rein, Leute. Steal Cash, Alter, Steal Cash. Leute, ich fühle mir das Cash-Steam von dem ersten Platz. Ich glaube, hey, der ist wieder ganz hinten. Leute, weil der... Alter, wie schnell... Guck mal, warum geht der so schnell durch? Wer ist der Typ? Seht ihr das da unten rechts? Schaut mal den Typen euch an. Der geht hier durch, der ist da so schnell. Wie macht der das? Alter, der hat irgendeinen Trick. Der ist ja schon das dritte Mal pipi... Warum muss der eigentlich so oft pipi? Warum geht der hier die ganze Zeit durch? Also, den checke ich null. So, zack. Wie macht der das denn, Leute? Ich checke es nicht. Der ist voll schnell, Leute. Kauft er sich das alles mit Robux? Wir kaufen das einfach auch mit Robux. Wenn der das macht, dann mache ich das einfach auch, Leute. So, zack. Warum nicht? Warum nicht? Ich will jetzt einmal auf Toilette. Ich muss noch immer auf Toilette. Ich muss so trinken, Leute. Jetzt langsam reicht es mir. Ey, du kleiner Sushi-Man, Alter. Mich wirst du nicht überholen. So, du wirst jetzt von mir überholt. Zack. So, ich überhole ihn auch mit Robux, Leute. Ist mir egal. Ist mir egal. Robux rein da. Rein da in die Robux. Oder warte mal, wir trollen ihn. Wir trollen ihn, weil der geht so weit nach vorne. So, komm, wir kaufen ihn in den Hobux. So, den hier. So, Sandbag. Einfach mit Robux, Sandbag, Alter. Weil der ist so oft zu Toilette gegangen. Der dreht sich die ganze Zeit vor. Der nervt mich schon langsam. Komm, weg mit dir. Ciao, ciao, Bro. Was zurück mit dir, du Noob, Alter. Hä, Uri, was hast du da gemacht? Ich habe den Typen wieder ganz dahin geschickt, aber der hat mich genervt. Hä, ist der wieder ganz vorne? Hat der das gemacht? Oh, das hört sich einfach gar nicht drum für mich. Ist er halt wieder ganz vorne. Der payt so viel rein. Was macht der? Warum hat der so viel Cash? Ich check's da gar nicht. Okay, Leute, wir müssen irgendwie wieder trollen. So, Steal Cash. Digga, sollen wir sein Cash einfach stealen? Wie viel kostet das? Warte mal, ich gebe... Digga, der ist bestimmt richtig reich. Der ist bestimmt richtig reich, der Typ. Wo ist der hier vorne? Zack, Steal Cash. So, wir kaufen jetzt ihm unser Geld, Leute. Alter, ich gebe so viel Robux aus. Soll ich das machen? Wie viel Geld hat der? 18 Millionen? Bro, ich habe gerade sein Geld geklaut, ne? Und er hat noch immer Geld. Ist er am hacken oder so? Das war das krasseste, was ich machen konnte. Der hat mir einfach 18 Millionen gegeben. Okay, was hast du gerade gesagt? Ich bin so reich, Lilly. Ich gehe jetzt... Woher hat der Typ 18 Millionen? Alter, der ist so am reinhacken. Bro, also... Also, Bro, das kannst du mir ja keinem erzählen. Aber woher hat der Typ 18 Millionen, dass er hier überall durch kann? Guck mal, ich kann jetzt überall durch. Guck mal hier, wie easy. Alter. Ey. Ich werde mich wieder zurückgeschickt. Also jetzt... Ne. Ah, okay. Umso weiter man kommt, umso weniger sind noch diese 18 Millionen wert. Guck mal hier, wie schnell es weggeht. Bro, ich habe gar kein Geld mehr. Lol. Hier vorne sind es schon drei... Muss man schon sechs Millionen haben, oder was? Alter, Leute. Okay, verstehe. Hm. Aber hier lädt das auch viel schneller auf. Guck mal, wie schnell wir hier Plus bekommen. Wenn wir jetzt... Ah, okay. Ich verstehe, warum wir da so viel Geld hatten. Check, check, Leute. Check, check, Fahrradkette, oder wie? Okay, let's go. Weiter geht's. Komm, Petarino, Junge. Okay, Alter. Du bist so fies. Wie weit bist du jetzt schon? Ich bin jetzt schon bei 19. Was? Ich bin noch immer ganz hinten, okay? Alter, ich sehe dich. Du bist da vorne bei 40. Junge, bei 40. Ne, ich bin jetzt schon in den Top 20. Du weißt, was es heißt. Du weißt, was es heißt, Junge. Jetzt wird vorgedremmt. Weg mit dir, Alter. Zack. Okay, wir müssen wieder ein bisschen trollen, Leute. Alle ins Bad. Fast 900 kostet das. Was haben wir da noch? Zum Badezimmer rennen? Ah, Leute. Ich kann ins Badezimmer direkt reinrennen. Das ist ja das Ziel, sozusagen. Okay, was haben wir hier? Feueralarm. Ey, das hat irgendjemand gemacht. Das hat irgendjemand gemacht und dann wurde ich bis ganz nach hinten geschickt. Das war richtig fies. Alter, das war richtig fies. Soll ich das kaufen, Leute? Dann rennen alle nach hinten und ich kann nach vorne, oder? Soll ich das machen? Ich glaube, das ist OP, oder? Ich mach das jetzt einfach, Leute. Feueralarm kaufen. Aber ich hoffe nicht, dass ich dann nach hinten muss. Ey, Junge, ich muss nach hinten. Ey, was habe ich getan? Nein, ich bin so lost. Oh no. Oh no. Jetzt bin ich wieder ganz hinten. Aber warte mal. Man kann auch wieder direkt nach vorne rennen mit dem ganzen Geld. Okay, nicht schlecht, Leute. Nicht schlecht. Zumindest bin ich wieder da, wo ich bin. Junge, ich habe ein Feueralarm auch für mich ausgelöst. Wie lost bin ich, Leute? Oh man, okay, du Noob. Jetzt bin ich weiter hinten als davor. Was soll das, Alter? Ey. Ich bin gerade Top 20, jetzt bin ich hinten. Ich habe so viel Robux für dieses Spiel aus. Leute, ich muss mal ein bisschen weniger Robux geben. Weil das ist zu viel Geld, was ich ausgebe. Weil erst mal ein Like und ein Abo, damit ich das Geld wieder... Guck mal, ich habe am Anfang noch irgendwie 23.000 Robux gehabt. Und jetzt habe ich nur 21.000. Ich habe so lange dafür gespart, um so viel Robux zu holen. Jetzt gebe ich die alle aus, Leute. In diesem dummen Spiel hier, Alter. Und ich bin auch immer nicht im Badezimmer. Und die muss auch immer so dringend. Ich kann nicht mehr, Leute. Also jetzt langsam reißt mir möglich. Okay, was denkst du? Ich glaube, ich mache mir gleich wirklich nur in die Hose. Und dann ist fertig. Ich muss hier nicht die ganze Zeit warten. Vor allem, hier wartet man ja nicht. Man wird hier die ganze Zeit... Alter, ich mache mir gleich nur die Hose. Ich mache mir gleich nur die Hose. Ich mache mir gleich Pipi. Ich mache mir gleich Pipi, Leute. Ey, warum werde ich hier die ganze Zeit zurückgeschickt, Alter? Was wollt ihr von mir? Gebt mit euch, die Fieslinge. Bro, ich werde hier die ganze Zeit zurückgeschickt. Was machen die mit mir? Also jetzt leistet ihr mir wirklich. So, muss ich mir wirklich eine Robux durchkaufen? Dass ich ehrlich bin... Alter, es ist unmöglich, ne? Es ist unmöglich. Warte, wir müssen irgendjemandem wieder sein Cash klauen. Dann kommen wir richtig weit nach vorne. Ich sage es euch. Einem Top hier. Dem ersten Platz hier. Wenn ich ihm sein Cash klaue, dann bin ich so richtig reich. Der hier. Die Cash. Komm schon, ich muss dein Geld haben. Bro, gib mir dein Geld. Oh! Elf Milliarden habe ich ihm geklaut. Elf Milliarden. Wie reich ist der Typ, Leute? Was? Elf Milliarden? Ja, Lilly, wo bist du denn eigentlich jetzt? Ich sehe dich gar nicht mehr. Lilly, ich sehe dich gar nicht mehr. Wo bist du? Lilly ist weg. Wie hast du dir in die Hose gemacht? Ja, ich habe mir in die Hose gemacht. Jetzt reiß mir langsam. Warte mal, wo? Lilly, du bist vor mir? Ja, dieses Teilfeueralarm hat mich nach vorne gerein lassen und die nach hinten. Warum habe ich das denn aktiviert? Bin ich lost? Ja, anscheinend schon. Lilly ist jetzt einfach vor mir. Aber warte mal, Lilly. Jetzt guck mal hier. Guck dir das an. Ich gehe jetzt Pipi machen. Ich habe elf Milliarden. Ciao, Leute. Alter, ich bin Top vier. Ich bin Top vier. Ey, lass mich mal durch hier. Lass mich mal durch hier. Ist mir doch egal. Komm, Leute. Ich bin fast da, Leute. Allein, glaube ich, ich schaffe. Let's go, Leute. Ich bin fast im Bart. Ich bin fast im Bart. Ich bin fast im Bart. Hey, jetzt darf ich nicht mehr zurückkommen. Komm, Leute. Ich habe vier. Ich bin auf dem Top vier da hier. Top vier, Alter. Top vier. Ich kaufe mich jetzt mit Robux durch. Ist mir sowas von egal? Warum haben die so viel Cash? Ich muss da durch. Ich muss da durch. Komm, 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 komm. Wie bist du so schnell nach vorne gekommen? Was? Oh ja, ich bin der krasseste, Alter. Ich habe mir gerade so viele Robux gekauft. Ich weiß nicht. Also, was heißt Robux? Ich habe mir so viel durchgekauft. Junge, du bist da durchgesprintet, okay. Ja, aber das Problem ist, ich bin ganz hier vorne stecken geblieben. Ich muss noch einmal auf Toilette. Jetzt einmal schaffen, Leute, kommt schon, kommt schon, kommt schon, Leute. Einmal da durch. Der Typ tut mich direkt wieder zurück, Mann. Ey, der nervt mich, ne? Ich tue ihn gleich zurückschicken, Alter. Ich sage es euch so, wie es ist. Ich muss einmal den Top eins hier zurückschicken. Der wird zu sauer sein, ne? Ich muss immer richtig pranken. Komm, Leute, wir gehen jetzt da durch. Komm, schon, komm, schon, komm, schon, komm, schon. Wie tun die mich die ganze Zeit zurückschicken, obwohl ich mir die mit Robux das ganze Zeit kaufe? Wie können die mich zurückschicken, wenn ich mir das die ganze Zeit mit Robux kaufe? Ich check's nicht. So, Bro, ey, ich kaufe mir das mit Robux. Wie tust du mich zurückschicken? So, eins, zwei. Bro, ich kaufe mir doch Robux. Wie kannst du mich zurückschicken? Bro, kannst du mir das erklären? Bro, kannst du mir das erklären? Bro, bitte, erklär mir das mal, bitte. Erklär mir mal, bitte. Der ist ja schon wieder hier. Digga, der Typ. Bro, wie schicken die mich alle zurück? Alter, ich glaube ihm sein Geld wieder. Ich glaube ihm sein Geld, ist mir egal. Troll. Steal Cash, Alter. Swap Positions. Oder warte, ich kann doch einfach Position tauschen mit dem ersten Platz. Warum mach ich das nicht einfach? So, jetzt reicht's mir. Komm, warte, wir tauschen mit Sushi. Der sieht eh gleich wieder erster Platz sein. Ich die ganze hinten und der vorne. Ich check's nicht. Leute, ich kaufe mir jetzt den ersten Platz, Junge. Bam. Hä? Herrlich? Mit wem habe ich den Platz getauscht? Bro, habe ich jetzt unnötig den Platz getauscht oder was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Der, ich will jetzt endlich ins Bad. Ich will jetzt eigentlich einfach mal Pipi machen, Leute. Mir egal wie, aber wie kann das sein, dass ich mir so viele Robux ausgebe, aber es nicht schaffe, Pipi zu machen? Bro, was kaufen die auch alle Robux oder was? Ich habe doch gerade... Warte, wie viele Robux habe ich schon ausgegeben? Das ist bestimmt 1.000 Stück oder so. Langsam reicht's wirklich. Langsam reicht's wirklich, Leute. Wie können die vor mir sein, wenn ich mir so viele Robux kaufe? Kommt schon, Leute. Einmal muss ich doch Pipi machen. Einmal in meinem Leben. Bitte. Bitte, Bro. Bitte, 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 bitte. Bitte, lass mich doch einmal nach vorne. Lass mich doch einmal nach vorne. Leute, es kann nicht wahr sein. Wie viele Robux soll ich hier noch ausgeben? Bitte, Bro. Lass mich einmal nach vorne. Wie hast du so viel... Wie hast du so viel Cash? Ich check's nicht. Bro, ich muss ins Badezimmer. Ich muss einmal Pipi machen. Bitte. Was bringt mir das überhaupt, wenn ich ganz vorne bin? Der Typ hier geht ja gar nicht rein. Hier, der ist reingekommen. Hier ist reingekommen. No way. No way. Bro, lass mich jetzt endlich nach vorne. Alter, jetzt reichst du mal langsam, ne? Die nerven ja richtig. Ist das unmöglich, oder? Ich glaube, es ist wirklich unmöglich. Wie kommen die Typen nach vorne? Ich werde die ganze Zeit zurückgeschickt. Alter, was wollt ihr denn von mir? Ey, also... Also jetzt... Also wirklich, Leute, ne? Woher haben die denn so viel Geld? Nein, 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 nein. Warte. Ich tausche jetzt einfach noch mit dem Platz. So, zack. So. So, jetzt bin ich erster Platz. Hä? Ich bin direkt wieder zu... Hä? Digga. What the jiggy, Leute. Es bringt ja nicht mal was, irgendwie Platz zu tauschen oder so, ne? Ich werde die ganze Zeit zurückgeschickt, Alter. Ich... Bro. Ey, ich kaufe mir jetzt mal 10. Ich kaufe mir jetzt mal 10 hier. Ey, jetzt reicht es mir wirklich. Mal 10, Alter. Nach vorne mal 10. So, lass mich alle durch. Ich bin endlich in der Toilette. Bro. Bro. Bro, ich bin endlich in der Toilette. Ich bin endlich hier drin. Ich kann endlich Pups machen. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh. Ich habe es endlich geschafft, um in der Toilette zu sein. Verbessern. Ich kann jetzt dreimal verbessern. Jetzt kriege ich mehr Geld. Wahrscheinlich haben die deswegen so viel Geld, Leute. Okay, warst du ein bisschen in der Toilette? Ja, ich habe es endlich geschafft, Pupsen zu machen. Nicht hinschauen, Leute. Oh, Leute. Hat das gut getan. Ey, ich bleibe jetzt hier drin. Ist mir auch egal, Alter. Ich habe endlich einen Klo, Alter. Keiner kommt hier rein. Lasst mich alle in Ruhe. Weil ich sage, wie eine Sache vor mir ist, reicht. Ich habe jetzt Pupsi gemacht. Ich werde nie wieder an dieser Tankstelle Pupsen machen, weil ich hier, Leute, ich musste einfach 2 Stunden warten. Lassen like, dann aber ich habe so viele Robos ausgeben. Bitte. Bro, wie viele Robos muss ich ausgeben? Ich habe am Anfang vom Video noch irgendwie so 23,000 Schauen. Jetzt habe ich noch 21,000 Schauen. Zurück, Leute, ausziehen, lasst ein Like und ein Abo, Junge. Alter, das hätte... Warum habe ich das nicht von Anfang an gemacht? Einfach 10 überspringen, 10 überspringen. Ich habe das erst ganz am Schluss gesehen. Ja, deswegen habe ich so viele Robos in der Video ausgegeben. Ja, Leute, wie auch immer. Haut rein. Ciao, ciao. Ihr seid die Besten. Tschüss, Leute. Ey, ich muss doch immer pipi. Ich kann nicht mehr. Drückt auf die nächste Folge, Freunde, schnell. Kleiner Fiesling, Alter. Kleiner Fiesling. Drückt auf die nächste Folge, schnell, 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 Freunde. Also, das ist gerne abchecken. Ohne Videobeschreibung, ihr habt ihr ein Gratis-Autogramm-Karte bekommen. Kommt da angeprintet, der Link zum Adventskalender, Leute. Für Dezember vorbestellen. Let's go. Ciao, ciao, Leute. Ihr seid die Besten.